Nein, Spider-Man, geh weg! Das war viel zu viel. Ach, ist mir egal. Leck mich doch hart am Arsch. Warte mal, dann müsst ihr euch hier wieder dahin, zack. Ta-lala Nora, lala Sebastian fils Kann noch nicht mal rein! Ähäää, 엿 Ne, warte mal. Ups. Und hier hinten machen wir vielleicht so ein großes Fenster hin. Ich freue mich schon wieder auf das erste Mal. Ich freue mich auf das erste Mal. Das Problem ist, da ist immer noch Corona. Das heißt, wir können trotzdem nicht spielen. Schade. Ich freue mich endlich, wenn dieses Drecks Corona endlich vorbei ist. Mann. Hä? Ne, stimmt alles. Ich war gerade kurz verwirrt. Das ist dunkel hier drin. Achso, warte mal. Wollen wir hier. Fertig. Wow, das kann man so anbieten. Und hier muss er auch noch. Ja. Auf jeden Fall so. Nicht. Ja. Nein. Silberstück. Da ist ja schon wieder ein Kutschen. Alter, was soll denn der Kack? So hin. Mann. Ja, da kann ich sich hingucken. So. Immerhin. Eine Seite. Das ist nur die Frage. Ziehen wir da noch ein... Spitz... Können lang... Wo wäre denn der denn hier? Oh. Nee. Das müsste man hier machen. Theoretisch. Meine Nase juckt. Ich kriege mich mal hier hinter den Popschutz. Ne. Brr. Hm. Nee. Das wird nix. Ich hab fünf Stück. Die kann ich mal eben noch verballern. Ist bloß die Frage, wo ballern wir mal denn die Treppe hin. Höh. Das ist immer weg. Ich komm jetzt auch von der anderen Seite hoch. Wo machen wir die Treppe hin? Schlausten wäre hier irgendwie eine Wendeltreppe hin zu machen. Aber hier ist das Fenster. Und hier ist der Kamin. Das heißt, wir machen die Treppe hier hin. Okay. Hier. Hm. Toll. Düdlüdüdüdüdüdüdü. Wer meldet? Niemand. Also, jetzt schauen wir mal. Was brauchen wir alles? Wir brauchen Holz. Wir brauchen Glas. Wir brauchen die Fensterläden. Wir brauchen Innendeko. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen Türen. Wir brauchen die Lampen. Wir brauchen ein paar Öfen. Gut, die gehören zum Unendeko. Brauchen wir außen. Alter. Wo denn? Drecksvieh. Schatürp. Wie die Levels. Thank you. Was brauchen wir denn noch? Ein paar Blümchen. Genau. Das ist schön. Warte mal. Wenn wir hier ein paar Blümchen hinmachen, dann stecke ich da ein paar Blümchen hier hin. Und dann mache ich hier nochmal so ein bisschen. Ich glaube, das könnte ganz geil aussehen. Da brauche ich aber nochmal so ein paar große Blümchen. Ein paar so Rosen. Ich weiß gar nicht, ob ich da welche habe. Dann müsste ich da hinten noch welche holen. Da stehen noch ein paar. Was brauchen wir denn hier dann sonst noch? Da ist eigentlich alles soweit. Gut. Da brauchen wir eigentlich nichts außer Lampen. Das bleibt ja so offen. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch eine Decke reinziehen. Ich glaube nicht. Das bleibt einfach so offen. Das ist einfach ein Dach da. Ja. Gut. Also, dann gehen wir mal. Der Fluss muss nachher hier so rumlaufen. Und dann verschwindet der Unterirsch. Gehe ich jetzt lang? Da lang, da lang? Ich gehe da lang. Halt mal. Warte mal. Da kann ich dann noch ein bisschen Erde mitnehmen. Und einfach mal fortwerfen. Moment. Ich muss ganz kurz die in den Dach. Äh, umrollen mich in mein Gieß. Äh, in meinen, äh, alternativen Rucksack. Die Gieß weg. Die brauche ich nicht mehr. Das ist auch nicht. Scheiße. Platz mehr. Das ist weg. Keine weg. Das ist weg hier. Weg, weg, weg. So. Äh, bauen wir, bauen wir, bauen wir nicht. Wobei, das Ginger, das brauche ich vielleicht noch. Aber da brauche ich eh mehr. Kiste, die kann ich behalten. Die kann man mal da hinten rein stellen. Äh, als Dekomaterial versetzen. Das wäre einfach. Die Dien. Die Dien. Und sie hat auch gesagt. Ich muss mal was checken. Verlösenen. Ich muss jetzt mal was checken. 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 Okay. und wieder zurück voll der abdruck alle die sonne ist ja mal wieder zehn von zehn am start damit die belichtung mal wieder funktioniert so die sonne knallt hier zwar noch aber da darfst du auch weil die ist schön wagen krieg ich den knochen ich will nur den knochen danke ich habe mein arm gebrochen was macht das schwein im fluss ja ja Ja, 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 ja das hier war krank das musste weg das war krank das hier war trotzdem krank warte mal ich brauche ein paar gelbe blümschen ich brauche ein paar rote blümschen ich brauche ein paar davon so viele brauche ich jetzt auch nicht paar gemälde natürlich ein bisschen wasser paar öfen ich nehme die vier stück mit brauche ich sonst noch was von hier drin was ist das steindruckplatte das brauche ich nicht holzkohle kann gleich auch weg dabei die schmeiße ich mal hier rein so ein stein drin habe ich hier frisch gebrennt ich hab keinen platz mehr ich nehme noch ein crafting table mit ich nehme noch zwei kisten mit höre genug ach ja genau ich brauche ein paar davon 14 stück die langen eigentlich schon hier rein zack da ist nur schmutz drin ja lasse ich die mal da ähm kann man noch brauchen ein bisschen von dem klicken stein zwei paar davon ach doch die gitter brauche ich ja auch für den kamin nicht bödel aber ich habe nur zu viele immer acht stück das reicht ach ja genau so große blumen ein paar davon da welche scheiße ich hab keinen platz mehr Pfingsthose was ist das Flieder ist da auch eigentlich so groß ja dann lasse ich mal die Pfingsthose hier ach ja die Wolle hier rein brauche ich nicht mehr es wird sehr laut auch ein bisschen Eisen ich habe hier glaube ich noch ein paar sechs Flammen vielleicht nicht das Ding ach du kack ey ach du kack Mist ein bisschen du kack hast du kack du kack du kack du kack du kack Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ach ja, Kessel. Kessel noch. Sonst noch was. Ja, das ist cool. 61 Scheiben. Reichen die? Reichen die Siebel. Na. Brauchen wir sonst noch irgendwas. Wir freuen uns, wir schlafen. Brauchen wir irgendwas. Auch irgendwas.